Hallo und willkommen zum neuen Tutorial. Heute geht es um OpenOffice, Seitenzahl ab Seite 2 oder 3. Also ich zeige euch, wie es einfach weitergeht. Wir beginnen einfach mit unserem Seitenumbruch. Hier wollen wir einen Seitenumbruch einfach machen. Und zwar, wir gehen auf den Reiter Anfügen und Seiteumbruch und dann können wir als Vorlage zum Beispiel Standard benutzen. Und wenn wir fertig sind, also Standard, wollen wir einfach hier als Vorlage benutzen. Und dann unsere Seite wollen wir einfach ändern. Und hier wollen wir mit der Seite 1 einfach anfangen. Wenn wir fertig sind, dann können wir unsere Seiteumbruch abschließen, indem wir auf OK drücken. Und sofort wird einfach unsere Seiteumbruch einfach gemacht. Und jetzt wollen wir unsere Seite nummerieren, indem wir zum Beispiel unsere Fußseile anfügen. Und zwar, wir gehen auf Anfügen und dann können wir unsere Fußseile hier als Standard einfach anfügen. Und sofort merken Sie, unten haben wir unsere Fußseile. Und dann können wir jetzt auf Veple vergehen und unsere Seitenummer anfügen. Und hier merken Sie schon, wir werden zweimal die Seite 1 haben. Und ich werde euch einfach zeigen und erklären, warum einmal die 1 haben wir schon. Und das ist das zweite Mal. Und jetzt wollen wir diese erste Seite einfach als Verzeichen nicht so benutzen. Also und von daher markieren wir die Seite, die wir einfach wegmachen wollen, die Nummer einfach wegmachen wollen. Und dann können wir einfach mit der rechten Taste auf Standard gehen. Und dann können wir diese Seite einfach umbenennen. Nicht mehr als Standard, sondern wir können zum Beispiel diese Seite als Verzeichen nicht so benutzen. Und Sie werden einfach merken, dass die Nummer einfach weg ist. Und so können Sie einfach ganz normal, die Seite fängt ganz normal hier. Diese Seite können Sie zum Beispiel auf der rechten Seite einfach ausrichten. Und es fängt ganz normal da. Eins, zwei, drei, vier. Also und die erste Seite ist einfach frei, wie Sie gemerkt haben, ohne Nummer. Also und Sie können auch mit drei Seiten einfach frei lassen, wie Sie haben wollten oder vier Seiten und für den Verzeichen nicht. Also ich freue mich einfach, dieses Video mit euch geteilt zu haben und freue mich, wenn Sie mich weiter abonnieren können. Und Sie sehen auch hier, wie wir das gemacht haben. Das hier ist die Seite 3 von 12. Also und das ist die Seite 1 normalerweise und von 3 zu 12. Also ich freue mich einfach, dieses Video mit euch geteilt zu haben.